Ja, und ich übergebe jetzt nach Berlin zu meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallower aus dem Deutschen Bundestag. Ja, vielen Dank. Der Deutsche Bundestag hat heute wieder mal ein pickepackevolles Programm. Bis 2.15 Uhr in der Nacht soll es gehen. Erfahrungsgemäß wird da noch einiges zusammengestrichen, aber man ist jetzt in einer Art Endspurt noch sechs Sitzungswochen. Da muss das ein oder andere weggeschafft werden. Heute Morgen gleich zur Kernzeit. Da geht es um die Frage, wohin mit dem Atommüll. 2022 wird das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Der Atommüll aber, der strahlt noch eine Million Jahre nach und wir suchen immer noch ein Endlager in Deutschland. Dafür hat sich eine Kommission gebildet im Jahre 2013. Unter anderem waren alle vier Bundestagsfraktionen daran beteiligt. Die hat Ergebnisse vorgelegt, die dann von den Bundestagsfraktionen der CDU, CSU, SPD und den Grünen in ein Gesetzspaket umgewandelt wurden. Die Linken machen da nicht mit. Die haben einige Bedenken. Reden wir gleich drüber. Und insgesamt sagt dieses Gesetzspaket, was jetzt hier heute schon in der zweiten und dritten Lesung vorgelegt wird, dass in Deutschland ein Endlager gesucht werden soll. Bis zum Jahr 2031 will man einen Standort festlegen. Und ab dem Jahr 2050 soll dann dieses Endlager fertig sein. Das Ganze soll transparent, ergebnisoffen und streng wissenschaftlich begleitet werden. Und die letztendliche Entscheidung haben dann aber wieder Politiker, nämlich der Bundestag und möglichst auch der Bundesrat. Das Ganze soll mit einer weißen Landkarte beginnen. Was heißt das nun wieder? Ja, der umstrittene Salzstock in Gorleben, in dem ja schon viel Geld investiert wurde. Er bleibt sozusagen als möglicher Auswahlstandort erhalten. Denn man beginnt damit, dass man sagt, in ganz Deutschland werden wir suchen. Dazu gehört auch Gorleben. Und da haben viele Kritiker die Sorge, dass eben, weil da schon so viel Geld verbaut wurde in den Salzstock, Gorleben letzten Endes als Standort herauskommt. Darüber wollen wir diskutieren mit Hubertus Zdebel. Er ist der Sprecher für Atomausstieg der Linken. Und Matthias Mirsch, Sprecher für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Ein langer Titel, Herr Mirsch. Fangen wir doch mal grundsätzlich an. Es gibt nun Gesteinsarten, Steinsalz, Ton oder auch Granit. Die seien grundsätzlich geeignet zur Einlagerung. Die Grünen, die überraschenderweise hier bei diesem Gesetz auch mitmachen, feiern im Grunde genommen das als einen Sieg, das nicht mehr Steinsalz alleine genannt wird. Wo sind denn die Vor- und Nachteile? Und wäre es nicht ein erster Schritt von Wissenschaftlern, mal zu untersuchen, welche dieser Formationen sich wirklich am besten eignet, bevor man dann konkret in Deutschland in der Tiefe sucht? Ja, wir haben natürlich auch in der Kommission ja über zwei Jahre darüber geredet, welche Formationen kommen in Frage. Und hinter den Kulissen haben natürlich die Bundesländer versucht, auch bestimmte Formationen auszuschließen. Da gab es einen Riesendisput zwischen Bayern, Sachsen und Niedersachsen beispielsweise. Und das, was gelungen ist, ist, dass alle im Topf drin bleiben. Und der Diskurs, den Sie jetzt anmahnen, der wird in den nächsten Jahren geführt werden, in den unterschiedlichsten Gremien. Es werden verschiedene Gebiete sicherlich jetzt in den Fokus gerückt werden, in ganz Deutschland. Und dann wird man abwägen müssen. Im Übrigen ein Argument, was ich finde, gegen Gorleben spricht. Wir haben beispielsweise in den USA eine Debatte gegen Salz. Und deswegen glaube ich, dass all diese Argumente jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich tragen werden, abgewogen werden und man dann hoffentlich nach einem jahrzehntelangen Suchprozess tatsächlich zu einem, ja, zu dem besten Ergebnis kommt. Dass das alle zufriedenstellen wird, glaube ich nicht. Aber wir haben jetzt in diesem Gesetz Vorkehrungen getroffen, dass wir die größtmögliche Transparenz und die mögliche Fairness, die größtmögliche Fairness wirklich walten lassen. Aber Herr Stäbel, da war noch nicht ganz die Antwort auf meine Frage. Nämlich, man hat ja diese drei Gesteinsformationen. Sollte man nicht erst mal, bevor man irgendwelche Bundesländer, irgendwelche Regionen benennt, wissenschaftlicherseits mal erklären, wo die Vor- und Nachteile liegen? Die sind ja wohl schon umrissen worden. Und dann entscheiden zunächst, welche Formation ich nehme? Also ich glaube, wir brauchen ein ergebnisoffenes Verfahren, was die Gesteinsschichten angeht und auch was die Standorte angeht. Es geht ja um den bestmöglichen Standort für eine Million Jahre. Und ich glaube, wir brauchen ein gemischtes Verfahren. Einerseits muss dargelegt werden, welche Gesteinsschichten überhaupt in Frage kommen. Ich sehe das als Fortschritt an, dass jetzt nicht mehr nur die Salzlinie, also Stichwort Vorleben, gefahren wird, sondern dass auch definitiv andere Gesteinsarten wie Ton und Granit in den Blickpunkt genommen werden. Auf der anderen Seite muss man sich nichts vormachen. Es gibt ja Karten, zum Beispiel von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Und daraus lässt sich natürlich relativ leicht erschließen, in welchen Regionen tatsächlich dann ein Endlager, wahrscheinlich an den ersten, gefunden werden könnte. Was ich misslich finde, ist, dass einige Bundesländer schon von vornherein ausgeschlossen haben, dass das für sie in Frage kommt. Das erschwert das Ganze auch. Ich glaube, das muss unabhängig von auch Regierungszusammensetzungen und so weiter eben offen sein. Und man darf nicht von vornherein ein Bundesland ausschließen. Das wird die Aufgabe sein. Das geht allerdings dann natürlich nur im Konsens, in einem gesellschaftlichen Konsens. Und da sind wir meines Erachtens noch weit von entfernt. Gut, also Granit zum Beispiel, dann kann das ja einordnen. Das gibt es vor allen Dingen in Sachsen und Bayern. Die haben sich da sehr stark gegen gewehrt. Man müsste jetzt untersuchen, ob Granit wirklich geeignet ist. Das ist ja meine Ursprungsfrage. Aber ich will mich mal davon wegbewegen. Weil in diesem Gesetzentwurf ist ja auch ganz wichtig, die Bürgerbeteiligung. Da gibt es ein neues Gremium, ein nationales Begleitgremium von neuen Leuten. Was soll das nun machen? Und warum braucht man noch so ein Gremium, wenn letztendlich nach der wissenschaftlichen Analyse wieder der Gesetzgeber, nämlich die Politiker, entscheidet? Also Herr von Feuillois, das Erste, was ich sagen will, Wissenschaft ist auch nicht 1 plus 1 gleich 2. Wissenschaft ist hoch umstritten. Gerade in der Endlagerfrage haben wir das erlebt. Und deswegen braucht es einen Prozess, wo unterschiedlichste Akteure miteinander tatsächlich ringen um den besten Weg. Und das nationale Begleitgremium ist ein Gremium, für das ich mich vor allen Dingen eingesetzt habe. Mir wurde vorgeworfen, Verfassungsbruch, weil ich neben Bundestag und Bundesrat eben ein Gremium installiere, was aufpassen soll, dass Fairness tatsächlich ganz oben steht. Klaus Töpfer, der ehemalige Umweltminister, wird dieses Gremium leiten. Im Übrigen sind es 18 Leute. Das heißt, es werden Leute sein aus Wissenschaft, aus Gesellschaft, aber eben auch Zufallsbürger. Leute, die bis jetzt kein Background hatten, die aber sagen sollen und auch im Zweifel durch Hinzunahme von Wissenschaft sagen und beurteilen sollen, da läuft was schief. Wir wollen das Ganze transparent. Das ist im Übrigen etwas aus jahrzehntelanger vomurkster Politik, wo es um Tricksen und Täuschen teilweise in Sachen Gorleben ging. Das wollen wir nicht. Hier muss sich jeder rechtfertigen für seinen nächsten Verfahrensschritt. Und damit haben wir, glaube ich, ein ganz wichtiges Gremium geschaffen. Also diese 18 Menschen sind nochmal so ein Oberkontrollgremium. Aber auch andere Bürger, die in den Regionen, die dann ausgeguckt werden in den nächsten Jahren, die können sich ja jetzt mannigfaltig beteiligen. Ich frage mich auch, was kommt denn dabei heraus? Niemand von uns will das Zeug in seiner Nähe haben. Was wir da in Gorleben erlebt haben, wird sicherlich an jedem anderen Standort in Deutschland auch passieren. Also was ist diese Pseudobürgerbeteiligung, wenn man letzten Endes aber am Schluss als Politiker entscheiden muss, nach den und den Kriterien werden wir das Zeug sehr wohl in ABC einlagern, also in dem Ort, der dann nicht mehr vielleicht Gorleben heißen muss? Also ich glaube, dass es sinnvoll ist, auf ein breites Beteiligungsverfahren zu setzen. Ich stimme auch ausdrücklich Herrn Miersch zu mit dem Nationalen Begleitgremium. Da habe ich mich auch für die Fraktion Die Linke sehr stark für gemacht, dass das jetzt sehr schnell eingerichtet wird, also auch noch bevor die Gesetze tatsächlich dann novelliert werden. Das war ja ein Ergebnis auch der Endlagersuchkommission. Gleichzeitig wird es einen Rat der Region und andere Gremien geben, wo sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Klar ist natürlich, es muss nach objektiven Kriterien zugehen. Ich finde aber, wir brauchen einen breiten Prozess der Beteiligung. Daran hat es bisher auch gemangelt. Also wir hatten bisher in vielerlei Hinsicht keine wirkliche Öffentlichkeitsbeteiligung, auch jetzt was die Endlagersuchkommission angeht. Auch im Vorfeld des jetzigen Standortauswahlgesetzes nicht. Das war alles Pseudobeteiligung. Und da muss sich Politik meines Erachtens mehr öffnen, um die Menschen tatsächlich mitzunehmen, eben auch Klartext zu reden. Dass die Probleme da sind, zum Beispiel, sage ich mal sehr deutlich, ein Kardinalfehler ist jetzt, dass Gorleben weiterhin im Verfahren bleibt. Das hat sich natürlich auch die Anti-AKW-Bewegung, die jahrelang Widerstand geübt hat, anders vorgestellt. Nach den ganzen Jahren und Jahrzehnten des Täuschens und Trixens, was Gorleben angeht, hätte der Standort jetzt aus dem Verfahren rausgemusst. Das ist auch der entscheidende Grund, wieso wir das jetzt ablehnen, was an Novelle kommt. Aber es gibt ja noch andere Probleme, Zwischenlagerung zum Beispiel. Die Menschen müssen einfach wissen, dass wir noch über Jahrzehnte aller Wahrscheinlichkeit nach Zwischenlagerung brauchen, weil das Endlager, das ist ja optimistisch, bis 2031 gefunden werden soll. Ich glaube das persönlich nicht. Auf der anderen Seite wissen wir aber alle schon, dass das dann noch gar nicht in Gebrauch genommen werden kann, zu diesem Zeitpunkt. Da werden sich massive Probleme an den Zwischenlagerstandorten stellen. Und darauf haben wir bisher noch keine definitive Antwort. Das ist auch eine der Kritikpunkte, die wir ja zum Beispiel an der Novelle des Gesetzes haben, dass das bisher noch zu wenig in den Fokus genommen worden ist. Also salopp formuliert, bräuchten wir eigentlich eine neue Kommission jetzt eigentlich schon wieder, die quasi nach der jetzigen Kommission genau die offenen Fragen in den Blickpunkt nimmt. Es gibt ja ein Status quo, neben den Atomkraftwerken lagern diese Kastoren, diese Zwischenlager meistens in Hallen. Diese AKWs werden aber im Jahr 2040 bis dahin laufen, die Genehmigungen alle verschwunden sein. Diese Hallen stehen dann quer durch Deutschland. In der Tat stellt sich da die Frage für mich als Laie, müsste man nicht, bevor man so ein Endlager ausschreibt, zunächst mal ein ordentliches Zwischenlager neu bauen? Nein, das eine machen und das andere nicht lassen. Wir brauchen genehmigte und sichere Zwischenlager. Diese Genehmigungen laufen irgendwann aus. Und insofern, glaube ich, ist es ein Widerspruch im Moment, den die Linke hier eben aufzeigt für sich selbst. Sie sagt auf der einen Seite, wir bräuchten nochmal eine Kommission. Nein, ich glaube, wir müssen jetzt mit dem Start beginnen, einer der Suche nach einem Endlager, weil der Zeitdruck auch einfach da ist. Die Zwischenlager müssen natürlich ertüchtigt werden, das können sie auch. Aber immer nur die Frage, um ein Endlager weiter vor sich her zu schieben, wäre nach meiner Auffassung verantwortungslos. Ich glaube, richtig ist, dass es einen weiteren Diskurs braucht. Den haben wir jetzt aber durch die verschiedenen Gremien, die wir heute mit auf den Weg bringen. Und insofern glaube ich, dass wir uns nicht vor der Verantwortung drücken dürfen, wenn wir auch für nachfolgende Generationen denken. Und deswegen, heute beginnt ein Prozess. Es ist ein lernendes Verfahren. Wir werden auch möglicherweise erleben, dass es Sackhassen gibt. Die Fragen, die Sie am Anfang gestellt haben, Stichwort, welche Formationen sind geeignet, das alles wird uns beschäftigen in den nächsten Jahren. Und deswegen brauchen wir auch eine Entscheidung zugunsten der Zwischenlager für ein atomares Endlager in Deutschland. Dass Gorleben erhalten bleibt, das kritisieren Sie ja vor allem. Deswegen machen Sie unter anderem nicht mit. Ich denke das mal weiter. In Gorleben gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass dieser Standort nicht optimal geeignet ist, weil das Deckgestein löchrig ist. Sie könnten sich doch entspannt zurücklegen und sagen, deswegen wird Gorleben sowieso nie in Frage kommen, denn wir werden Formationen in Deutschland finden, wo das günstiger ist. Das kann durchaus sein, dass das im Ergebnis dabei rauskommt. Nur wir sind eben der Meinung, wenn jetzt von einer weißen Landkarte geredet wird, was das Verfahren angeht, dass das schon einen großen schwarzen Fleck hat. Gorleben nämlich. Weil das ist ja der einzig genehmigte Standort, den wir im Moment haben. Und die Befürchtung ist ja nicht aus der Luft gegriffen, dass Gorleben dann tatsächlich der Endlagerstandort werden könnte. Und deswegen hätten wir es eben auch vor der ganzen Frage der Vorgeschichte her, die ja bisher überhaupt noch nicht wirklich aufgearbeitet worden ist, die ganze Geschichte zum Beispiel der Atomenergie in Deutschland, auch der ganzen Frage, war das nicht eine Sackgasse, in der wir uns da bewegt haben, wo auch sehr, sehr viel manipuliert worden ist. Aber das ist eine rückwärtsgewandte Diskussion. Wir haben diesen Atommüll, der muss irgendwo bleiben. Es hat doch keinen Zweck, dass wir die Kämpfe der 70er Jahre nochmal neu ausfechten. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube schon, dass es eben auch dazu gehört, um Vertrauen aufzubauen in der Bevölkerung, was den Suchprozess angeht, auch die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten. Das ist bisher nicht passiert. Das ist ein Punkt, der uns sehr wichtig ist. Und glaube ich auch, vielen, die jahrzehntelang sich gegen die Atomenergie gewehrt haben und die jetzt im Endeffekt Recht bekommen haben, das darf man ja auch nicht vergessen. Deutschland ist ja ausgestiegen aus der Atomenergie. Es laufen zwar noch einige wenige Atomkraftwerke. Wir würden uns das natürlich beschleunigter vorstellen können. Aber Fakt ist, wir steigen aus. Und die Konsequenz ist doch dann die, man muss das aufarbeiten, dann ein Verfahren aufbauen, was darauf basiert, damit man die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt. Also insofern glaube ich nicht, dass das nur eine Retro-Debatte ist. Ich glaube, man muss beides machen. Und irgendwann muss man dann entscheiden als Politiker. Ich bleibe dabei, die Wissenschaftler können nur die Vorarbeit übernehmen. Was auch in dem Gesetz fehlt und was auch so vor sich hergeschoben wird, ist die eigentliche Frage, was wird da eigentlich eingelagert? Nur der hochradioaktive Müll oder aber diese 200.000 Tonnen, die aus Arznei und anderen halb verstrahlten Müllsorten kommen, sage ich mal. Warum legt der Gesetzgeber das nicht jetzt bei diesem Gesetz gleich mal fest, dass man das auch mit einlagert oder eben nicht mit einlagert? Herr von Fallor, das sind alles Fragen, die Sie mal in ein paar Sekunden stellen, die sich aber nicht in ein paar Sekunden beantworten lassen. Und insofern sieht das... Die Kommission hat drei Jahre getagt und Sie haben jetzt einen Dreivierteljahr Gesetzentwurf gemacht. Also irgendwo ist ja schon viel Zeit vergangen. Ja, aber es ist nicht ganz trivial, ganz viel Müll einzulagern. Also das schwache und mittelradioaktive Müll gleich noch dazu. Insofern haben wir in dem Gesetz den Fokus jetzt auf den hochradioaktiven Müll. Wir haben daneben Schacht Konrad. Wir haben die Problematik der Asse, ob wir dort noch Müll bergen können. Das wissen wir alle noch nicht. Das haben wir zwar beschlossen, aber ob da die Standortsicherheit dieses Bergwerks gewährleistet ist, wissen wir alle noch nicht. Insofern hat das Gesetz auch noch mit einem Auge die Aufmerksamkeit auf den anderen Müll. Aber hier haben wir jetzt erst mal für uns genommen, das ist das größte Problem, der hochradioaktive Müll. Und deswegen ist dieses auch im Fokus dieses Gesetzes. Bei allem Verständnis kommt mir ein bisschen vor wie der Berliner Flughafen. Wenn der nämlich fertig gebaut sein sollte, ist die Landekapazität viel zu gering. Man hat falsch geplant. Also nochmal auch an Sie die Frage, die Sie das Gesetz nicht mittragen. Wäre es nicht sinnvoll, dass der Gesetzgeber sagt, wir brauchen dann eben so ein großes Lager, damit man kann das ja jetzt berechnen. 2022 endet die Atomkraft in Deutschland zumindest. Man kann berechnen, wie viele Tonnen man einlagern muss. Warum tut man das nicht? Also ich glaube, das ist eine der entscheidenden Fragen, die die Kommission nicht gelöst hat. Das haben wir auch immer wieder kritisiert. Es gibt ja das nationale Entsorgungsprogramm, wo genau die Mengen des Atommülls auch berechnet worden sind. Und es gibt natürlich das Problem des mittel- und schwach radioaktiven Mülls. Und da bin ich der Meinung, es wäre ehrlicher gewesen, diese Debatte auch in der Kommission zu führen. Dazu waren aber die Mehrheit der Kommission letztlich nicht bereit, um das nationale Entsorgungsprogramm auch mit auf die Tagesordnung zu nehmen. Das führt jetzt dazu, dass die Debatte natürlich auch ein bisschen unehrlich läuft. Weil ich bin, glaube ich, der Meinung, man muss ganz klipp und klar sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die alles zusammenpacken. Das lehnen wir zum Beispiel ab. Wir sind der Meinung, man muss einfach ehrlichkeitshalber sagen, wir brauchen einen dritten Standort möglicherweise. Weil nicht aller Müll kann zum Beispiel auch in Schacht Konrad gelagert werden. Ich rede auch über die Urananreicherungstilz in Gronau zum Beispiel. Oder auch der Müll aus der Asse, wo wir alle nicht wissen, ob der jemals überhaupt noch zurückgeholt werden kann. Dieses Desaster steht uns ja allen immer wieder vor Augen, was da passieren kann. Und insofern ist die Arbeit da an der Stelle auch ein bisschen unehrlich gewesen. Und das ist auch einer der Kritikpunkte, die wir an dem Gesetzentwurf jetzt haben. Das war aber schon vorprogrammiert durch die Arbeit der Kommission, die sich dieser Frage nicht wirklich gestellt hat. Herr Miersch, haben recht. Es ist sehr kompliziert. Aber ich als Laie würde mal sagen, der Vorschlag jetzt von Herrn Zdebel, den finde ich nur semioptimal. Denn ganz viele Löcher zu graben und überall strahlenden Müll zu vergraben, halte ich für nicht so optimal, als wenn man dann eine Region ausguckt. Das ist genau die Diskussion gewesen auch. Und eignen sich Standorte überhaupt, um die unterschiedlichen Abfallarten aufzunehmen? Das sind ganz offene Fragen. Und ich wehre mich vor einer Sache, wenn Hubertus Zdebel sagt, das ist unehrlich. Nein, wir haben all die Probleme jetzt offengelegt. Sie sind da. Und sie werden auch jetzt weiter gelöst werden müssen. Von Bundestag und Bundesrat und den Kommissionen, den Bundesämtern, die jetzt heute beauftragt werden. Und wir diskutieren gleich drüber. Vielen Dank, dass Sie da waren, meine Herren. Denn drinnen geht es jetzt los mit dem Bundestagspräsidenten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.